Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge Faultiers 5. Ihr wisst schon, circa 5 Minuten, denn ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Es fühlt sich sehr seltsam an, denn eigentlich wäre heute bereits der zweite Pressetag vor dem MWC gewesen. Ihr wisst schon, die große Technikmesse in Barcelona, die leider abgesagt worden ist. Und wir hätten jede Menge Techniknachrichten. Wir hätten bereits gehabt eine Pressekonferenz von Oppo, Nachrichten von Nokia, Zeug von Huawei und Honor. Und gerade jetzt im Moment wäre eigentlich die große Motorola-Show gewesen. Und was ist? Pustekuchen. Das wirbelt die komplette Branche durcheinander. Da ist auch nicht mal eben schnell, wir machen irgendwas Neues. Nee, 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 nee. Die einzigen, die jetzt morgen in Barcelona noch was machen, sind Huawei. Dann andere Unternehmen haben gesagt, sie verschieben ihr Zeug um ein paar Wochen. Oppo zum Beispiel. Bei wiederum anderen heißt es, wir werden irgendwelche Online-Livestreams machen oder einfach nur so die Pressemitteilung raushauen. Und von vielen weiß man eigentlich noch gar nichts. Also es wird auch in den nächsten Wochen immer noch sehr spannend und überraschend bleiben. Und es war die Woche der mobilen Betriebssysteme. Denn bei Android ist aus dem Nichts völlig überraschend. Auf einmal war da ein Android 11 Developer Preview. Das ist noch überhaupt nichts bruchreifes. Das ist jetzt das erste Stadion nur für Entwickler, damit die sich mit den neuen APIs auseinandersetzen und sich ganz langsam rantasten. Android 11, egal wie es heißen wird, wobei es gibt ja gar keine Süßspeisennamen mehr. Schnüff. Das dauert noch, bis wir es auf den normalen Geräten haben. Q3. Und davor haben wir ja noch die Android Google I.O. Das wird noch etliches Zeug dauern. Aber einfach so, zack, war es da. Und bei Apple gibt es jetzt krasse Gerüchte um iOS 14. Und zwar, dass Apple tatsächlich hingehen könnte und euch die Standard-Apps auf iOS-Geräten selber wählen lassen. Sodass es dann heißt, es surft im Browser rum und klickt auf eine E-Mail-Adresse und es öffnet sich immer Apple Mail. Dass in Zukunft sich, was weiß ich, Outlook-App öffnet oder sowas. Oder in der Mail habt ihr einen Link und es öffnet sich halt der Chrome-Browser oder Firefox und halt nicht Safari. Oder der Standard-Musik-Player ist halt nicht mehr jetzt Apple, sondern ihr könnt den sonst wie frei wählen. Übrigens dann auch Gerüchte auf den Homepods, dass die in Zukunft auch standardmäßig Spotify unterstützen, ohne dass man immer mit Airplay kommen muss. Warum das Ganze? Nummer eins, Apple könnte ja auch ein bisschen Bewegung reinmachen. Apple hat einen Sinneswandel und öffnet das Ganze. Und die andere Theorie heißt halt einfach, Apple hat ja halt jede Menge Regulationsbehörden, Aufsichtsnasen im Rücken hängen, die dann sagen, hey, ist das vielleicht schon ein Monopol? Hast du da eine marktbeherrschende Stellung? Nutzt du deine Stellung vielleicht sogar aus, um dem Ganzen ein bisschen zuvor zu kommen? Und natürlich würden sie gefeiert haben. Beziehungsweise mir ist es total piep egal, warum Apple es machen. Hauptsache sie öffnen es mal und machen es mal. Das wäre doch mal eine schöne Sache. Und apropos Apps, kleine Randnotiz. Microsoft ist diese Woche hingegangen und hat seine Office-App überarbeitet und integriert da jetzt komplett alle anderen Office-Apps, also Word, Excel, PowerPoint, ein bisschen OneDrive auch. Und jetzt hat man nur noch eine App. Es gibt ein paar Einschränkungen im Vergleich, wenn ich zu allen anderen, also die Einzel-Apps habe. Zum Beispiel, ich brauche unbedingt jetzt ein Office-Abo und auch mit externen Speicherorten. Aber, naja, einige sehen es dann auch so. Hey, ich brauche nicht mehr drei verschiedene Apps, sondern nur noch eins. Wenn man denn so voll Hardcore-Microsoft-Kosmos, Office-Kosmos drinsteckt. Vielleicht gehen sie demnächst auch hin und integrieren Outlook, To-Do und Skype und was es da nicht alles gibt. Und was wir jetzt auch endlich mal wieder haben, ein BGH-Urteil. Und es geht um Amazon-Händler und Kundenbewertung. Im konkreten Fall hat, glaube ich, die, wie heißen die, zentrale fairer Wettbewerb, hat ein Amazon-Händler abgemahnt und gesagt, hey, du hast da unten unter deinem Produkt, was du verkaufst, Kundenbewertungen stehen und die sind fake, die sind falsch, die stimmen nicht und du bist da jetzt für verantwortlich. So, ging durch die Instanzen anscheinend. Jetzt hat der BGH gesagt, nö, ist er nicht. Aus mehreren Gründen, Nummer eins, er wirbt nicht damit, steht halt nicht, lesen Sie auch unbedingt die Bewertung von M.S. aus H. Der findet unser Produkt toll. Nein, 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 nein. Und zum Zweiten ist das Angebot, das angebotene Produkt. Und unten gibt es ja dann die Kundenbewertung erst ganz klar voneinander getrennt, sodass es dem Kunden auffallen müsste oder klarer ist, dass das nichts miteinander zu tun hat. Jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten. Das war jetzt Amazon, beziehungsweise ein Händler, der über Amazon verkauft hat. Und ja, ich finde es auch nicht so nachvollziehbar, dass ein Verkäufer für abgegebene Kundenbewertungen oder Kommentare zu rechnen oder haftbar ist. Ist die Frage, könnte man denn jetzt verpflichten, das durchzugehen und falsche Bewertungen oder naja, ist ja auch die Frage, was ist da eine falsche Bewertung? Zu gute, zu schlechte? Ist der dafür verantwortlich? Aber das BGH hat jetzt gesagt, nein, ist er nicht. Gleichzeitig möchte ich aber hier nochmal anführen, es sind Amazon-Bewertungen. Also ich meine, es gibt ja immer sowieso die Sache, dass dann Hersteller, Händler, wer auch immer, zu gute, zu schlechte oder zu schlechte Bewertungen bei Konkurrenten abgeben und sowas. Und ich meine, das ist ja auch wieder die Sache, wo ich dann als Nasenbär ins Spiel komme, der hin und wieder mal Produkte testet und dann sagt, finde ich gut, finde ich nicht gut. Ja, die ist die Sache auch mal geklärt. Oder wer weiß, vielleicht klagen die sich ja noch bis zum EuGH durch. Kommen wir noch zur Unterhaltung der Woche und ich weiß nicht, ob ich es hatte, aber ich habe es jetzt komplett durchgeguckt und zwar High Seas Staffel 2. Reich und schön trifft auf Mord ist ihr Hobby, trifft auf irgendwelche abstrusen Dialoge auf hoher See. Okay, ich habe es zu Ende geguckt, direkt Hinweis, es wird auch noch eine dritte Staffel geben, aber es ist definitiv, also die erste Staffel war deutlich besser. Die zweite, gerade ab der Hälfte der zweite, habe ich das Gefühl, da hatte keiner Bock mehr auf sinnvolle Dialoge oder teilweise auch nachvollziehbare Handlungen. Aber die Dialoge sind echt, boah, bis dahin war es echt eine schöne, seichte Unterhaltung. Jetzt driftet es so ein bisschen seltsam ab und es sind immer wieder Entscheidungen da, wo man sich denkt, nee, und dann die letzte Folge kriege ich auch noch Hallos. Ha, es gibt so viele andere Sachen, die man sich wahrscheinlich eher noch angucken könnte als das. Ich bin ein bisschen enttäuscht, das will ich damit sagen. Also, wenn ihr noch so andere Sachen habt, wie ich zum Beispiel, ich habe auch noch eine lange Liste an Serien, die ich gucken muss, die braucht ihr, da braucht ihr euch jetzt nicht drauf zu stürzen. Ein altes Quirti gibt es nicht und ich weiß gar nicht, ob ich den Hoodie hier schon mal anhatte. Es ist ein Seattle Hoodie und es ist einer von denen, naja, Hoodie ist ja klar, aber es ist einer von denen mit Smartphone-Tasche, also zumindest, wenn man es so rum reinmacht. Ich habe einen Beutel am Beutel. So, das soll es gewesen sein mit Faultiers 5, Folge 432. euch allen einen schönen Start in die Woche, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das soll es gewesen sein mit Faultiers 5, Folge 4, nee, 300, 300, 400.